hey leute schön dass ihr wieder eingeschaltet hat zu einem neuen guide von stellar blade und heute holen wir uns alle dosen in matrix 11 in diesem abschnitt und zwar gibt es da keine karte das heißt ich muss euch die so ein bisschen random zeigen und da zeige ich euch die natürlich in der richtigen reihenfolge also pusht räumchen nach oben und wir starten direkt durch die erste dose gibt es nämlich wenn wir den zug bewegen können quasi hinter dem zug da können wir die dose einsammeln wir können nämlich hier so eine runde laufen und quasi hinter den zug kommen und da gibt es eine versteckte dose also einfach hinter den zug laufen hier auf diesem bodest einmal hoch hüpfen und auf dem bodest gegenüber da seht ihr schon blinzeln da ist dann die dose hier einmal rüber hüpfen und euch das ding hier noch mitnehmen natürlich das sagten wir auch noch ein schnappen wir uns natürlich gibt es hier noch ein paar schöne sachen und hier unten natürlich die dose trinksystem erweiterungs modul natürlich auch immer nützlich und hier den coffee vanilla nehmen auch mit lecker schmecker und auf zur nächsten dose die findet ihr nach dem boss den ihr hier in den armory findet und zwar ist die dose dann hier rechts auf diesen container drauf da müsst ihr hier einmal rüber hüpfen ziemlich dunkel der bereich und dann könnt ihr hier runter gehen ihr seht es dann aber da schon relativ gut leuchten nämlich hier hinten in der ecke ist dann die nächste dose und die schnappen wir uns einmal ja von der eine dose haben wir noch in matrix 11 und die homo uns natürlich auch noch und die befindet sich hier unter wasser also wenn ihr in der kanalisation seit wenn das ziemlich am ende von der kanalisation hier der abschnitt mit dem wasser ist da geht ihr hier einmal lang und taucht hier unter wasser einmal durch und hier durch diesen gitterzaun und dann auf der rechten seite dann könnt ihr hier nämlich wieder auftauchen und da versteckt sich dann die dose auf so ein protest da drüben seht ihr schon ganz gut leuchten da also einmal hinschwimmen und euch die letzte dose hier in matrix 11 auch schnappen ja freunde und das war es dann auch schon somit haben wir alle dosen im gepäck hier in diesem gebiet schaut euch gerne auch noch das nachfolgende video an falls euch noch dosen fehlen da findet ihr nämlich noch alle dosen im wasteland und bis zum nächsten mal leute macht's gut adios und ciao